Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer von KTV, unser Highlight für Sie. Patrozinium Santa Maria del Anima Gegründet vor über 700 Jahren, um sich den deutschen Pilgern in Rom zu widmen, ist das päpstliche Institut Santa Maria del Anima heute zudem die Heimat der deutschsprachigen Gemeinde. Das Patrozinium von Maria von den Seelen bzw. Armenseelen wird traditionell um den Allerseelentag gefeiert. Schalten Sie ein und feiern Sie mit am Sonntag um 10 Uhr. Wir freuen uns auf Sie!